Hier ist René Morawetz von Dein Reisebuch begeistert und ich sage herzlich willkommen zum 8. Schritt deines 10 Wochen DHV Service 2.0 Programms Die perfekte Reise. Nun ist also dein Kunde so sehr begeistert von dir und deinen Empfehlungen, dass er sich entschieden hat, eine Reise bei dir zu kaufen. Und das ist doch eines deiner großen Ziele natürlich, dass dein Kunde sich für eine Reise bei dir entscheidet. Dafür hast du einiges getan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017